willkommen zurück liebe freunde und ich bin auch am gleichen tag wie der letzte part aber ich habe mich gerade daran gesetzt das hier alles zu modifizieren wir haben jetzt einiges neues eine sache geht nicht so einfach zumindest nicht ohne dass ich die mod api habe um richtig große code blöcke mit einzufügen aber ja ich kann schon mal sagen der programmcode des spiels ist wirklich nicht sauber also er ist relativ sauber strukturierten alles aber er ist nicht sauber also er ist wirklich nicht sauber aber wir haben jetzt die möglichkeit hier alles herzustellen es kostet uns nichts mehr wir können alles herstellen auch wenn hier rechts und die rote zahlen stehen wir uns nicht dabei haben kann ich eben beweisen ich stelle einfach blaue farbe her so und dann kommt noch was neues dazu und zwar können wir zum beispiel hier hingehen und wir können jetzt zum beispiel sagen wir mal ein bett herstellen und bei dem bett können wir hier alle sachen auswählen wir können alles was wir nicht haben wir haben jetzt das haben wir zum beispiel gar nicht die branche und das steht zwar jetzt da das haben die gleichen bilder okay da ist auch was verkehrt ach so das sind alles das sind drei kategorien in einer quasi und kraut gibt es auch okay und kraut büschel gibt es auch ja alles selektieren und packen alles gar kein problem gar kein problem da easy und ich habe noch was neues herausgefunden mit der maus und tastatur gibt es eine schöne taste also mit dem controller ist es wo der linke stick rein drücken und mit der tastatur ist es folgendermaßen wenn wir jetzt hier zum beispiel ein schönes stückchen haben und wir können es ja nur so bewegen aber wenn wir tab drücken kann man das komplett frei bewegen wenn wir tab drücken dann kann es wieder einrasten lassen aber wir können alles frei bewegen das heißt ich bin glücklich mit dem spiel ich bin vor allem deswegen glücklich weil ich jetzt weil ich jetzt aber ich machen könnte dass das keine farbe kostet wenn ich jetzt hier haben wir uns da aber egal wir haben können jetzt alles bauen was wir wollen wir haben keine ressourcen damit es mehr und wir können einfach nach herzenslust bauen das einzige problem ist halt dass das mit den farben nicht ging deswegen habe ich das mit den farben bisschen anders gemacht also generell das mit den farben so ein bisschen überarbeitet dass ich jetzt also nicht überarbeitet ich habe das crafting überarbeitet so dass es keine ressourcen erfrisst das heißt ich kann jetzt einfach farbe herstellen ich kann zum beispiel nach hause gehen dann gehen wir mal eben fix nach hause und dort können wir dann einfach mal ein paar sachen weglegen und auch von unserem inventar dann stellen wir einfach alle möglichen farben her die wir nutzen wollen ich muss ja nicht unbedingt alle farben herstellen ich glaube das inventar reicht nicht dafür von der größe einfach mal gucken dass wir hier versuchen alles möglich wieder rein zu packen ist jetzt auch egal mit der sortierung ich will jetzt erstmal hier loslegen sachen zu bauen und wir werden jetzt bestimmt einige parts nur sachen bauen also stellt euch darauf schon mal ein mental das wird bestimmt langweilig ganz schön langweilig aber trotzdem glaube ich cool weil wir jetzt halt eben nicht mehr darauf angewiesen sind irgendwelche ressourcen im inventar zu haben sondern wir können das jetzt alles frei so bauen wie wir das möchten und wir sehen auch jetzt schon wir haben viel zu wenig inventar platz also das wird übel hier das wird richtig wenn ich muss genug kisten hier wir können nicht mal alles da reinpacken das ist das ist schon schlimm das ist schon wirklich schlimm dieses spiel ist wirklich schlimm in vielerlei hinsicht ach shit wir haben das teil gelöscht dann kriegen wir die branche zurück das ist vielleicht ein kleiner geld sheet wir können teile platzieren wenn wir sie dann löschen dann kriegen wir sie wieder in unser inventar ja gut das weiß nicht so gewollt aber so ist es halt aber wir können sowieso alles mögliche herstellen ja gut das geld ist jetzt auch nicht mehr wirklich ungeschiedet weil wir werden die orange verkaufen müssen weil ich habe keine verwendung dafür wir können es jetzt alle möglichen sachen erschienen haben jetzt auch wir haben auch unkraut gerade eben bekommen aber das unkraut ding abgerissen haben das muss ich noch mal überarbeiten ich möchte dann wenn schon nichts kostet dann soll man damit jetzt auch nicht irgendwie das inventar vollmüllen wenn man jetzt ressourcen nutzt und ich kann euch das leider nicht anbieten diesen mod bisher aber vielleicht wenn ihr genug quengelt dann überlege ich mir das ihr müsst einfach nur ein bisschen quengeln dann dann kann man das lustige ist das habe ich nicht überarbeitet der hat immer noch der denkt immer noch das maximum ist eins was ich jetzt herstellen kann weil ich ja nicht gut material habe das heißt ich kann von der farbe nicht unendlich viel herstellen jetzt das muss ich noch überarbeiten vielleicht mache ich das gleich ganz fix zwischen den parts aber das dauert jetzt schon ziemlich lange eine dunkelgraue farbe ein bisschen grau ist auch ganz hübsch kann man machen hell gelbe farbe gelbe ist auch hübsch ja wir müssen das auf jeden fall überarbeiten also ich muss das noch mal überarbeiten hier dass das hier um salat das dass ich hier eine höhere zahl auswählen kann ja aber gut 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 kostet keine ressourcen immerhin etwas wir haben jetzt ein paar farben mit und dann würde ich überlegen wir können beim bett ich glaube nämlich hier diese stoff muster und sowas nutzen für die für das bett das heißt wir können auch ein schönes muster erstellen für das bett zum beispiel ein liebes herzen muster die hat es so fies wie krass gescheatet das jetzt ist aber hey hey sagt nichts das tolle ist wir können übrigens jetzt auch objekte duplizieren ohne kosten wir können also jetzt ein bett bauen und dann unendlich viele herstellen ich weiß da steht übrigens noch hier steht immer noch nicht genügend ressourcen aber ihr seht ist mir doch egal ich habe genügend ressourcen wenn ich die will so jetzt muss ich überlegen was baue ich denn jetzt überhaupt für ein bett ich habe überlegt vielleicht mal so ein rustikales bett zu bauen aber das wird glaube ich tricky so ein rustikales bett aber schauen wir mal ob wir das hinbekommen der leitfaden das steht nicht in welcher richtung man ach so war die sich gar nicht drauf legen auf das bett stimmt die können sich ja gar nicht auf die betten legen also eigentlich ganz gut da kann man jetzt hier zum beispiel einfach mal grob hingehen mit diesen mit diesen einrasten sowas man kann man jetzt grob hingehen das einfach mal grob bisschen platzieren so grob aufbauen wo man das ungefähr haben möchte und kann man das nachher noch fein justieren aber ich habe mich auch schon gefragt also ganz ehrlich ich habe so viele bilder gesehen online von von hobe live kreation und sowas die so krass aussahen ich frage mich leute habt ihr das wirklich alle so hinbekommen mit dem mit dem einrasten sowas das kann doch nicht sein ja ich weiß mittlerweile das ist nicht so es gibt eine möglichkeit das ausrasten einrasten umzustellen das finde man auch eine option hätte ich mal ein bisschen geguckt und gesucht dann hätte ich es auch gefunden ja es tut mir leid aber jetzt können wir vor allem auch endlich anfangen betten zu bauen die logisch sind die sinn ergeben die zwar dann auch viel ressourcen kosten weil wenn jetzt hier quasi in so ein kleines lattenrost noch daran bauen muss jetzt nicht aufwendig sein aber wir bauen und lattenrost mit dran das sollte natürlich trotzdem innerhalb des bettkastens dann sein so dann machen wir das hier so dann machen wir hier in lattenrost hin ob wir dann auch irgendwie fäden dazwischen ziehen oder sowas war das ja so ein bisschen zusammenhängend sein muss das weiß ich noch nicht aber auf jeden fall machen wir erst noch bettlatten hier hin so ist das schön liebe leute oder jetzt kann ich nach herzenslust hier bauen nach herzenslust es gibt nichts was mich mehr hier von appell zu bauen es kostet mich alles keine ressourcen mehr das ist einfach das schönste gefühl auf erden meine lieben freunde das schönste gefühl auf erden nicht mal darauf angewiesen zu sein irgendwelche ressourcen auszugeben aber trotz des ausschaltens des des rasterns spinnt er trotzdem bei dem skalieren und sowas manchmal rum das ist ein bisschen schade aber kann man jetzt nicht ändern aber wenn wir die beide aneinander setzt dann sieht das doch bestimmt scheiße aus ja okay das sieht bestimmt scheiße aus vielleicht versucht man das mal so halb halb zu machen so ein bisschen so ich wollte dass das die seite des bettes dann auf jeden fall ein bisschen stabiler sein sollte ein bisschen stabiler sein ich war dass sie so ein bisschen was die nicht ganz so aus aus morischem holz ist oder rustikalem holz ist ja nicht mal smart ich finde das bis jetzt eigentlich ganz hübsch ich bin gerade sehr zufrieden mit dem was wir gerade bauen ich bin prinzipiell sehr zufrieden dass ich jetzt einfach drauf losbauen kann ich bin ein kreativer spieler mann ich bin kein spieler der die ganze zeit seine lebenszeit verschwenden möchte mit mit farmen es tut mir leid deswegen bin ich auch sehr sehr offen der idee gegenüber diese mod für alle zu veröffentlichen also entweder ist der entwickler von dem spiel nicht wirklich ein guter programmierer was durchaus möglich ist oder er hat damit irgendwie versucht die leute davon abzuhalten zu schieten weil es war unglaublich schwer das zu machen dadurch dass das so komisch alles programmiert ist vielleicht war es auch der sinn dahinter vielleicht wollte die leute davon abhalten das hier zu tun was ich getan habe aber wenn der entwickler wüsste ich habe einen sehr dicken kopf und wenn ich was möchte und wenn ich was tun will dann werde ich das tun und das seht ihr jetzt gerade hier ich wollte und deswegen ist jetzt auch so jetzt ist es einfach so ich habe dafür gesorgt dass alles so ist wie ich es braucht ach ja liebe freunde ich weiß der ein oder andere wird mich jetzt als bösen bösen cheater beschimpfen aber i don't care i don't care wenn jemand blende zu let's play schaut dann wisst ihr dass ich ein sehr ruhiger mensch geworden bin und es mich eigentlich nicht wirklich interessiert was leute darüber denken wie ein spiel gespielt wird weil ich finde zum beispiel auch bei dark souls zum beispiel also ich finde nicht dass der entwickler ich finde nicht dass der entwickler in easy mode einbauen muss aber wenn jemand das für sich moddet oder sich ein cheat nutzt für dark souls et cetera bin ich niemand der sagt du bist kein echter gamer also das ist total schwachsinn die herausforderung bei dark souls ist natürlich vom game design her gewollt das ist ein design ding des spiels und ja jeder mensch der darin schiedet wird dark souls nicht so erleben wie dark souls erlebt werden sollte das ist richtig andererseits wenn du keinen spaß an dark souls hast so wie es ist und wenn du es wirklich versucht hast und du schiedest dann halt who cares es ist dein spiel solange du da nicht online spielst ist alles okay also das ist ein problem was ich habe natürlich wenn jetzt jemand natürlich bei dark souls schietet und dann den online modus geht und da im pvp alle leute weg schietet das ist natürlich was anderes es gibt dann auch ganz ganz schlimmere sachen es gibt ja in alten dark souls spielen da musst du ja wirklich den online modus mittlerweile abschalten weil es wohl bugs gibt die remote code execution ermöglichen also dass leute fremde leute die euch eure welt invaden quasi bei euch auf dem rechner code ausführen können und das ist natürlich schon heikel das ist schon ganz schön heikel das sollte nicht funktionieren aber es ist halt so und das wird auch nie wieder gepatcht werden weil das spielt nicht mehr unterstützt wird also von von software was ein bisschen schade ist wenn ich ehrlich bin aber ja aber guck mal an wir haben jetzt ein komplett neues bett und das sieht auch cool aus das sind komplett neues design das war so vorher sah das nicht so aus das andere bett wir haben jetzt ein zweites bett design ist das nicht geil kommen leute seid ehrlich das ist alles nur möglich das ist alles nur möglich weil ich jetzt schiete ist nur deswegen möglich weil sonst hätte ich glaube ich nicht die die muße gehabt das hier alles so so krass zu bauen wirklich nicht und die ganzen materialien zu beschaffen das ist ja auch noch mal das andere ganz andere problem die ganzen materialien hierfür zu beschaffen sowas zu bauen ich weiß nicht hätte ich gar keinen bock drauf wenn ich ehrlich bin aber die seiten bleiben frei damit wir noch was unter das bett tun kann dann kommt das anders doch richtig hübsch jetzt packen wir noch ein kissen drauf vielleicht auch nicht nur eins sondern man gucken ob wir da vielleicht noch ein paar mehr kissen hinpacken wir haben jetzt keine ressourcen probleme mehr wir können jetzt wirklich nach herzenslust hier sachen platzieren so dann machen wir das mal eben aus mit dem mit dem snappen platzieren wir noch ein kisten kleineres kristen hier vorne hin da noch ein bisschen leicht drehen und das machen wir noch mal ein bisschen kleiner ja so klein nicht aber hier so dann machen wir das dahinter und das so zwei kissen dann machen wir drei kissen haben sein war man nicht so das ist ein schönes bett da machen wir drei kissen so ist das hübsch so und jetzt kommen noch folgendes machen ob es ist ein herzlichen bett aber dass sie auch alles anmalen ja können wir so und jetzt haben ein richtiges bett leute wir haben richtiges bett sorry aber das ist doch hübsch oder nicht rustikales bett und was ihr wisst ihr was ich jetzt noch baue jetzt baue ich einen neuen lager gegenstand und diesmal einen richtig schönen schrank und diesmal wird das schön und zwar ein großer lager gegenstand jetzt müssen wir mal überlegen ich glaube wir bauen noch mal einen rustikalen schrank oder rustikal finde ich ein schönes schönen stil ich bin so gespannt was ihr dazu sagt dass ich es geschietet habe ich hoffe ihr verzeiht mir das ich hoffe ihr seid jetzt nicht böse auf mich aber ihr habt das selbst gemerkt wie angepisst ich war und jetzt jetzt bin ich auf einmal wieder so froh merkt ihr das ja man ich bin wieder froh weil ich jetzt gescheatet habe deswegen bin ich froh weil ich jetzt hier einfach bauen kann nach herzenslust nach herzenslust kann ich meiner kreativität freien lauf lassen kann es sein dass das waren das war wirklich zweimal zwei meter die es sein muss man oh mein gott das ist heftig das ist echt heftig groß ich will nicht gerade ob ich trickse indem ich nur so einen schrank mache und dann hinten noch mal was irgendwo platziere und das dann einfach hat das kann ich aber nicht ich könnte ein teppich davor platzieren oder so auf wie sowas dass das nicht ganz so ist das eigentlich zweimal meter auch in der höhe ja zwei meter auch in der höhe aber der höhe ist das weniger das problem glaube ich zwei meter dass das ist schon okay einmal zwei meter mal ein meter nicht zwei mal zwei mal ein meter ist schon okay aber ich finde halt jetzt noch zwei meter in die in die tiefe zu gehen ist schon krass für den schrank deswegen das sollten sie noch mal ändern glaube ich dass das sieht dass die eine länge nicht zwei meter sein muss sondern einmal zwei meter mindestens ist weil es ein bisschen groß finden für den schrank aber gut vielleicht war auch nicht gedacht dass es ein schrank ist sondern ja was anderes aber ich mache jetzt erstmal rustikalen schrank dann kommen hier die schrank platten rein quasi ich werde dann auch vielleicht ach ich kann den offen stehen lassen dass man auch rein gucken kann dann könnte ich da von innen so ein bisschen das sein und so also ein bisschen also wir können ja keine kleidung aufhängen oder sowas das geht ja nicht das heißt wir werden hier erstmal ein großes fach haben und dann werden wir hier oben ein paar kleine fetter hin machen dann drehen wir das hier eben das wird jetzt nichts großartiges aber immerhin immerhin das ist das motto meines let's place immer immerhin immerhin etwas machen wir hier einfach noch mal ein paar fächer hin das teilen wir noch mal ein bisschen anders und eins davon wird noch mal in regale aufgeteilt ich bin auch über überlegen ob ich den mittleren unten auch noch mal in zwei teile quasi also die untere und das untere fach aber das könnte einfach so ein abstellding sein wo man werkzeugkästen und was was ich nicht alles hin lagern kann sondern links und rechts ein kleines fach jetzt gerade aber ich vielleicht überlege ich mal das so zu machen dann dürften die alle gleich groß sein ja dann machen wir das lieber so da kommt die schrankwand an die seite hier so machen schön rustikalen schrank leute ich bin so froh dass wir jetzt endlich einfach möbel bauen können ganz ehrlich das ist das was ich mir vom spieler wünscht habe und dass dieses snapping dass ich das ganz umprogrammieren musste ich habe das in code entdeckt dass es geht und jetzt habe ich dann in den spielmenü nummer geguckt in den einstellungsmenü wie man das anschaltet und abschaltet und jetzt weiß ich das endlich und jetzt bin ich sehr sehr glücklich jetzt bin ich ein sehr sehr glückliche kartoffel liebe freunde auch jetzt habe ich wieder neues item im metal bekommen aber ist nicht so schlimm ist nicht so schlimm es passt schon das wird schon gehen mann okay wir müssen hier wieder ohne okay 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 dann sind dann 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 ich habe mich dann auch hier oben quasi noch mal so ein ding platziere aber es ist so schön ich kann meine kreativität ist einfach so freien lauf lassen das ist einfach so toll ich liebe es gerade so sehr dass wir jetzt einfach mal schöne schränke und sowas bauen können oder auf die ressourcen zu achten ohne und und vor allem das snapping das snapping ist das wichtigste für mich glaube ich dass ich da jetzt wirklich einfach sagen kann ich kann das snapping ausschalten ich habe mir auch schon dieses symbol hier oben gesehen und dachte mir das muss man doch irgendwie abstellen können ja kann man tatsächlich unfassbar ich habe die ganze zeit über dieses spiel geflucht es tut mir leid aber ich habe halt diese funktion nicht entdeckt und die könnte man tatsächlich meiner meinung nach auch hier menü anzeigen die funktion oder zumindest das oben klickbar machen dann hätte ich es wenigstens gefunden wenn man hier drauf klicken kann aber naja so ist es halt jetzt so ist es jetzt ändern kann man es jetzt nicht mehr aber wir können sie jetzt ab sofort besser machen das ist doch auch ein deal oder ich glaube das ist das ist ein guter deal ich glaube den deal können wir eingehen ich mache es einfach jetzt besser so oder machen das hier noch mal weg dann machen wir das noch mal weg dann schieben wir das ding noch mal auf alle seiten zu hier und da müssen wir noch eine rückwand einbauen da müssen wir noch unten beine hinbauen was soll jetzt extra das soll jetzt wirklich ein richtig schön rustikaler schrank werden das ist schon genau so gewollt wie das hier aussieht genauso rustikal soll es sein aber das passt und wir das gerade wieder nicht vielleicht kriegt man das noch mit ein bisschen größer hin sonst muss ich das wirklich okay ich muss wieder ohne ohne einrasten kann auch ein bisschen kleiner gut dann löschen was die oma eben raus setzen das hier neu wird sind das hier oben rein und dann müsste das doch eigentlich ganz gut passen dann will ich das hier oben vielleicht noch ein bisschen runter setzen dass das so ein bisschen mehr format oben so dann setzen wir noch mal ein paar bretter hier rein und jetzt sehe ich gerade da habe ich das in der mitte gelöscht ich habe das in der mitte gelöscht irgendwie oder naja dann machen wir drei fächer hier oben ist auch okay so jetzt machen wir einrasten aber beim drehen und dann machen wir hier machen wir das in der mitte oder ich glaube schon so moment sind kleiner was das so schön guckt mal wie man das einfach so schön alles bewegen kann es ist so schön jetzt kann man so tolle sachen bauen und ich idiot sitzt die ganze zeit hier und meckern über das spiel und sagt immer das mit dem einrasten nervt so und wie kann man denn mal schön was schönes bauen ich habe sachen gesehen die die funktionieren so gar nicht ja ja es wird doch alles aber ich will gerade doch folgendes könnte ich machen noch wir teilen das und doch noch mal auf aber nur mal hier so ein schmales fach an der seite so quasi das ist dass das das regal ist der schrank layout der schrank layout das schrank layout das schrank layout das sind okay kann man machen und eine rückenplatte rein was das schön liebe freunde ist es so es ist so erfüllend gerade ist weiß ich sagt die ganze zeit nur wie schön es ist und und ihr könnt es gar nicht nachvollziehen glaube ich wobei doch ihr könnt nachvollziehen aus dem einfachen grund ihr seht ja was jetzt hier auch gerade entsteht also es sieht ja einfach dass das besser aussieht als fast alles was ich bisher gebaut habe die brücken könnte ich auch noch so viel besser machen jetzt wo ich alles frei platzieren kann so jetzt muss man überlegen mein problem an diesen holzdingern ist eigentlich nur dass die textur voll schrecklich aussieht so dass ich halt versucht bin die hier zu nutzen das problem an denen ist aber glaube ich dass die textur auch nicht viel besser aussieht wenn man die stretch mehr seht ihr das sieht auch nicht viel besser aus das sieht halt einfach nur wie matsche aus leider so jetzt muss ich überlegen ich glaube für die füße mache ich sowas hier hin das ist nicht verkehrt also natürlich nicht so groß sondern schön klein ich glaube ich auch irgendwie die möglichkeit hier sich zu bewegen muss gleich noch meine option gucken ich glaube da war nämlich auch noch sachen die dem man nicht zugewiesen um sich hier zu bewegen weil das ist nämlich doch eine sache die mich wirklich massiv stört dass man hier nicht die möglichkeit hat sich zu bewegen die kamera also zu bewegen er versteht schon was ich meine denke ich dass ich hier ein bisschen besser okay das ding kann man sich noch weiter nach unten setzen das ist ein bisschen komisch aber gut ich sehe gerade was das kann man glaube ich mit verschieben hinbekommen noch oder oder ist das einfach zu klein jetzt ist glaube ich ein bisschen zu klein es geht ja jetzt alles wir können das ja alles so frei platzieren wie wir möchten auch leute ich habe wieder so bock auf hokulife jetzt gerade ich habe so bock auch die häuser alle auszustatten ganz ehrlich da muss mir noch gedanken machen was kriegt olianda und sowas olianda muss sowas rustikales aufbekommen der olianda ist einfach so ein typ da da passt das rustikale einfach so richtig zu da muss man mal gucken hier andere leute brauchen natürlich dann vielleicht was fenzigeres oder was aus metall etc dass sie alles kein problem hätten kostet uns ja nichts mehr dass wir können auch einfach sachen nehmen wo wir sonst normalerweise ewig lang dran gefarmt hätten die sachen können wir jetzt auch nehmen und wir drehen diese dinge auch ich dachte warum ist der drehung drehpunkt so komisch das würde ich jetzt gerade gerne mal wissen vom spiel warum ist der punkt um dem man dreht so komisch in dem spiel das macht gar keinen sinn ich wollte ja so ein bisschen verschieden haben wir um dass das nicht alles so in gleichen richtung aussieht aber ich glaube ich lass es jetzt erstmal so jetzt überlege ich gerade ich müsste eigentlich auch noch mal das ding hier unten glaube ich hin platzieren so und da müssen wir glaube ich den gesamten schrank da bis nach oben setzen weil das möchte ich gerade überall ein bisschen blödes hier aber dann müssen wir das mal gucken dass wir das vielleicht so hinsetzen und wir machen den schrank ein bisschen kleiner das geht auch aber ich will ich gerade einfach den ganzen schrank ein bisschen nach oben zu setzen wenn ich ehrlich bin wobei muss nicht sein ich glaube das geht schon klar so dann machen wir mal eine tür ups nein nein wir machen eine tür die tür wird natürlich auch aus holz sein so kommt schon okay dann machen wir die größer okay dann das dürfte doch eigentlich schon der richtigen größe haben oder ja ziemlich genau also genau ein bisschen ohne das snappen quasi jetzt noch mal ein bisschen vergrößern etc aber wir wollen dieses dieses hier sowieso ein bisschen offen stehen haben so wobei wir müssen sie noch weiter offen stehen haben wenn ich ehrlich bin wegen zwei meter voraussetzung okay die tür passt so leider auch nichts optisch zum rest deswegen also von der größe müssen wir noch ein bisschen justieren hier so jetzt überlege ich gerade machen wir müssen noch irgendwie türknauf dran machen aber hiermit ist das glaube ich schwer da muss man halt wirklich so ein ding hier nutzen wir müssen dann gleich noch mal gucken vielleicht müssen wir eine farbe besorgen oder so dass das hier besser aussieht farblich ups was habe ich denn jetzt getan so dann skalieren wir das noch mal ein bisschen runter okay das ist ein bisschen ein bisschen tief so vielleicht noch ein ganz klein bisschen runter skalieren aber es könnte sein dass ich das gerade falsch einschätze mit dem skalieren aus dem grund dass dass ich die farbe gerade dass das sich so sticht und ich deswegen das objekt so klein wie möglich machen will damit das so wenig wie möglich sticht es kann sein dass ich das deswegen jetzt gerade ein bisschen falsch einschätze aber gut sehen wir dann mal wenn wir weiter sind hier und man sieht es ja am ende ob es alles gut aussieht so das sieht schon deutlich besser aus als alle schränke die wir bisher gebaut haben würde ich sagen gut die farbe ist so ein bisschen matschig ich gebe es zu aber ja ich will nicht gerade ob ich vielleicht aber wenn ich die sachen schwarz färbe wird das glaube ich nicht gut enden und ich weiß auch nicht ob man farbe wieder rückgängig machen kann ich glaube nämlich fast nicht ich glaube nicht dass man farbe rückgängig machen kann so jetzt hatte ich überlegt dass ich vielleicht auch ein bisschen gucke mit metallteilen es gibt aber bestimmt irgendwas was aussieht wie so scharniere die man zu scharnieren umbauen kann irgendwie dass das so ein bisschen aussieht wie ein scharnier heißt das scharnier ja ich glaube schon damit die tür befestigt ist gut wir brauchen jetzt noch schrauben ganz kleine aber ihr seht also wenn ich jetzt wirklich keine quasi limitierung mehr habe dann fange ich auch an wirklich hier aufzugehen beim bauen so das sieht doch ganz gut aus jetzt muss halt mal gucken dass wir vielleicht schrauben haben ich weiß das sieht nicht perfekt aus wie ein scharnier ja ich weiß jetzt aber es ist es hat diesen eindruck von einem scharnier finde ich ist und dadurch dass es so schön glänzt sieht das auch aus als wäre ein scharnier haben wir denn schrauben gibt es sowas wie schrauben aber ich glaube nicht nee sowas wie schrauben gibt es hier nicht wäre auch ein sehr kleines bauteil wenn man ehrlich ist so ja ich überlege gerade noch was anderes aber das wäre halt schon hart was ich jetzt noch überlege mache ich das oder mache ich das nicht also erstmal muss ich natürlich hier die seitenteile auch noch mal ein bisschen kleiner machen ich habe jetzt überlegt ob ich so eine täfelung einbaue in das holz jetzt hat die frage ob das spiel wirklich noch so flexibel jetzt ist das noch alles hinzukriegen aber es glaube ich das limit für teile ist glaube ich 8000 oder sowas zumindest habe ich das im code zu gelesen es kann sein dass das falsch ist und das limit irgendwo im unity wieder umgestellt wurde das war dann der standardwert der variable 8192 teile kann man glaube ich irgendwie in ein möbelstück packen das heißt man hat ordentlich möglichkeiten und wenn ich jetzt hier das einfach dupliziere ich kann es leider nicht lokal verschieben ich kann die achse nicht ändern zu lokal ne also vielleicht geht das aber das wird halt schwer da müsste ich da müsste ich die tür hier gleich noch mal neu setzen aber ich kann ich kann nicht mehrere sachen auf einmal verschieben das ist das problem gerade weil sonst hätte ich jetzt überlegt dass ich eine täfelung da rein mache oder ich lasse es erstmal so ist schon mal besserer schrank als alles was wir bisher hatten aber ich glaube das wird noch nicht reichen doch es reicht dann ist das der rustikale schrank ja liebe freunde das war es schon wieder für den part wir werden gleich noch weiter entwerfen denke ich mal wir haben ja einige möglichkeiten hier rustikales bett rustikaler schrank wir können jetzt noch mal überlegen ob wir dann kann man sogar hier platzieren sieht man wie der aussieht der sieht gar nicht schlecht aus muss ich sagen der sieht sogar die textur sieht sogar besser aus als es gerade eben im editor aussah lustigerweise ja aber das ist doch ein schöner rustikaler schrank den haben das so schön hier so irgendwie wenn man den sohn in ein haus stellt ist das geil oder boah ok liebe freunde wir sehen uns wieder am nächsten part wenn wir weiter bauen es kommen jetzt die parts in dem wir bauen und ich hoffe euch hat der part gefallen wir sehen uns wieder am nächsten part bis dann haltet die ohnstein macht immer was besser so am leben euer potato bett verabschiedet sich bis dann